Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, Freunde, wir haben gerade Montag, 18 Uhr, ihr wisst selber, wir machen die Picks wieder auf, die restlichen 94-Plus-Picks. 10x5-Plus-Packs wird weiter gegrindet. Wir jagen CR7, Cristiano Ronaldo zu... Ihr kennt den Hasen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal, Freunde. Road to 700 Abonnenten sind auch schon einige wieder dazugekommen. Grüße an euch, gerne einen Kommentar da lassen. Hey, ich bin neu oder hey, was geht ab? Freut mich sehr und viel Spaß mit dem Video. Dann das erste 10x85-Plus-Pack des Tages, meine Damen und Herren. Oh, ich habe keinen Vorschau-Pack geöffnet. Dadurch ist das nicht aufgegangen mit dem Skippen. Aber vielleicht ist das die Meter und ich rede extra schnell, damit ich hier belohnt werde. ZM, Spanien, Erso, Zidat, Merino und dahinter ist ein Footies neben dem Namen CR7. TG's. Und jetzt geht es aber mit dem Skippen und mit dem Rippen. 10x85-Lilililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililil machen wir weiter immer weiter vor lade und insinie in einem pack omg 10 x 85 plus pack reagiert schon gar nicht mehr so gewohnt ist man das inzwischen die mal 85 plus pack ich glaube dieser pifapoints vorgegangen aus versehen vielleicht ist das dieses themen gewahr ziel ja er ist jemand immerhin und da haben wir das 94 plus pick freunde das zweite auf diesem account erstes in diesem video da wird das bild wieder ausgepackt ist mit der linken hand ich drücke r3 und dann mache ich das bild weg jackie jack grealish alvarez geisteskrank und den letzten pick werde ich wahrscheinlich ein bisschen einkaufen mal gucken wo sonst schaffe ich das hier noch mit den objectives paar bewahr ich jetzt auch für freitag ein neues event oder neuen event neues team und so ne neue sachen in den packs hoffentlich auch mehr so ein gut kraften kann hoffentlich kommt heute um 19 uhr auch geile spc zum kraften videos 80 plus join the club kann ich aber abholen ich hoffe ihr habt das auch alle gemacht wir wollen ja alle dem klub join im afc mit galeno nehme schmidt der erste der zweite ist charlie simmons super gespielt gegen union berlin durch gesehen also das tor wie dies ist aber ich die die charlie simmons auch wie die zusammengespielt haben da bei dem letzten tor wow und hier und die tods ab balde der urwe der war für mich der schlechteste linksverteidiger die ich dieses fifa gespielt habe das muss man erstmal trocken ich habe gar keine hohen ansprüche als lvr vor eigentlich aber gut er hat es geschafft und je schafft es hier in dem pick mich zu enttäuschen dann la liga noch la liga santander gönnt auch einen trotz okay freunde das letzte pick auf dem main account kommt schon gönn ea sports wieder rating bitte 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 wir gehen über die stats rein wir gehen über die stats rein so bild im 94 physis 97 verteidigung 91 dribbling 92 67 91 mascherano ich habe auch so viele puttys gerade abgegeben die ich nicht mehr benutze so hatte eh keinen sinn dann haben wir hier 90 physis 78 verteidigung 96 94 94 96 man diese werte gefallen mir alle nicht die sie vor einer woche gefreut aber okay wir brauchen die 99er werte oder so was 96 97 was naja wieso wird das so krass rein dann cordoba ist eigentlich auch ggs aber ich habe den schon und der letzte 96 60 94 91 96 schuss 95 ich habe den gerade abgegeben hattet ihr auch so viel pech bei den picks diesmal was das denn die macht mache ich gar nicht abgegeben was das war das die mit hoffen hoher noch ein zweiter kann will da noch den einen pick machen Hakimi, Dotti. Oh, GG's. Immer weiter gegen die Stroh. Ja, ja, Toré. Oh, aller Posen. Ey, ja, ja. Geht hoch, geht hoch, geht hoch, geht hoch. Ja, ja, Toré. Oh mein Gott. Digga, warum ist der auch nichts mehr wert? Aber ja, ja, Toré. Geist ist krank. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Toré. Gollo. Okay, wenn wir befreien mit Schlager, aber ja, ja, Toré. GG's. GG's. Also Freunde, das Video ist auf jeden Fall gesaved. Ne, ohne Witz. Aber CR7 Young B. Immer noch. aus Versehen draufgegangen. Und das Meer. Oh, Volado bin Asser wieder. Oh Mann, Freunde. Und zweiter Count läuft auf jeden Fall mehr. So. Ba, 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 ba. Geht hier und so kann... Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was ist denn hier los, Freunde? Gestern Ginola gezogen und hier zweimal Jaya Toré. Was passiert hier, Freunde? Was passiert? Ja. Digga, wir haben vierter Neuter. Jetzt gönnen die auf einmal mit Jaya Toré, Mann. Ganzes Jahr nicht einmal gegönnt. Jetzt gönnen die zweimal auf zweiter Count. Digga, lass mich liegen, Ernie. Was hast du für ein krankes Pack? Yes. Digga, ich musste den gerade in der SPC geben, Mann. Jaya Toré, Digga. Main Account nicht einmal Land gesehen, der Typ. Und jetzt gönnen wir hier im 10x85 Plus Pack. Oh, ich glaub keins. So, Freunde. Das letzte 10x85 Plus Pack, ne? Jaya Toré. Machen wir ein Trio daraus. Ein Dreierpack. Ja, Digga, das wäre jetzt auch geisteskrank, ne? Gehen wir vor Lahn. Dann machen wir jetzt noch das Pick. Mal gucken, was rauskommt. Okay, Freunde. Das letzte Pick. 94 Plus. Jaya Toré auf dem Account schon gezogen. Wir haben hier Volan. Vielleicht bringt er Glück. Vielleicht bringt auch Jamal Glück. Wir wissen es nicht. Ich drück drauf. Und ich lass das jetzt mal alles so offen. Okay, und wir gucken zusammen. Das mit dem bereits Besitz fand ich immer cool. Wartet. Fand ich gar nicht cool. Gar nicht. Zweimal bereits im Besitz. Zeig mir die Werte. 91, 96, 96. Falcao Carvajal, ne? Falcao Carvajal und Avedi Pelé. Grüße gehen raus an Junio Sitoe. Weh nehm ich dich nun, Carvajal. Oh, Mann. Jetzt gucken wir noch, was um 19 Uhr rausgekommen ist. Okay, Freunde. Wir haben 19 Uhr. Der Mann ist rausgekommen. Jordi Alba. Ich glaube, den wird jeder von uns easy abschließen. 10 Mal die SPC ist wieder da. Crafting SPC. Das ist so wichtig zum Craften. Und vor allem 10 Mal 85 Plus ist jetzt unendlich wiederholbar, Freunde. Hier, schaut mal. Das ist unendlich wiederholbar. Könnt ihr craften, craften, craften. 10 Mal 86 Plus ist auch rausgekommen. Aber Freunde, 92er Rating ist geisteskrank. Digga. Das ist noch beim 88er Rating geblieben. Wisst ihr? Das 2,90 finde ich zu übertrieben. Sage ich euch ehrlich. Ansonsten kam noch das dynamische Duo raus. Musa und Pulisic. 90er Rating. Beide kann man eigentlich mitnehmen. Darüber freue ich mich sehr über diese Crafting SPC. Denkt dran, die tägliche SPC zu machen noch, ne? Ihr seid die Besten. Zu dem Crafting SPC-Ding wird, glaube ich, noch ein besonderes Video kommen. Wie immer, Pack Battle wahrscheinlich. Gegen Junior Sito. Ansonsten, ja. Ja, würde ich sagen, beenden wir das Video hier. Ist ja nichts weltbewegendes sonst noch da, was ich jetzt machen kann. Heben wir uns das für morgen auf oder für die Tage. Ich bedanke mich für euren Support. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, Freunde. Haut rein. Und ciao. Outro